Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Motorola gibt aktuell ziemlich Gas und sichert sich mit dem neuen Moto G 5G+. Meiner Meinung nach schon jetzt die Pole Position für den eingängigsten Smartphone-Namen seit langer, langer Zeit. An der Stelle schon mal sorry, falls ich den Namen im Laufe des Videos ein paar Mal falsch ausspreche. Aber vom Namen abgesehen ist es wirklich ein interessantes Smartphone. Es hat eine UVP von 350 Euro, kommt trotzdem bereits mit 5G, dementsprechend auch mit einem ziemlich guten Prozessor. Es hat einen 5000 mAh starken Akku, eine Quad-Kamera, ein 90 Hz Display und kommt natürlich Moto-typisch mit Stock Android. Meiner Meinung nach könnte das mal wieder ein richtiger Preis-Leistungs-Kraher von Motorola werden. Ich habe jetzt schon eins hier, das wollen wir heute zusammen auspacken und schauen wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Als das Moto G 5G Plus vor ein paar Tagen bei mir angekommen ist, war ich doch ziemlich erstaunt. Denn das Paket, in dem es kam, das war deutlich größer und vor allem auch schwerer, als das normalerweise bei den Smartphones der Fall ist. Ich habe es dann aufgemacht und das hier vorgefunden. Dann hat natürlich alles Sinn gemacht. Ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen. Ich denke mal, das ist nur die Presseverpackung. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber ich wollte euch das trotzdem nicht vorenthalten. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Überall dieses Speed-Theme zieht sich ja bei dem Smartphone komplett durch. Wir sperren das Ganze hier jetzt mal auf und klappen es auf. Es ist wirklich massiv. Also ich bin hin und weg. Ja, was haben wir hier alles drin? Einmal natürlich der Leihvertrag für ein paar Wochen. Dann haben sie hier tatsächlich, freut mich ja immer sehr, Motorola-Gummibärchen. Sehr, sehr nice. Und ja, Socken. Das ist jetzt das neue Ding. Hat Samsung auch schon mal gemacht letztes Jahr. Aber diese Moto-Socken sind auf jeden Fall einiges farbenfroher. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich die anziehen würde. Aber hey, und dann hier nochmal quasi so ein Letter vom Motorola Team Europe. Ja, ihr seht es hier fast. Das ist immer das Wichtigste. Und hier drinnen ist dann natürlich auch noch die Verpackung des Moto G 5G+. Und der wollen wir uns jetzt mal widmen. Dafür können wir jetzt auch wieder zur normalen Perspektive wechseln. Etwas näher rangehen. Diese Verpackung dann, also das ist die offizielle Retail-Verpackung. Davon gehe ich zumindest aus. Die sieht dann deutlich unspektakulärer aus. Typische Motorola-Verpackung. Hier natürlich nochmal überall dieser 5G-Schriftzug. Denn das ist natürlich so das wichtigste Feature an dem Smartphone. Auch wenn das in Deutschland noch nicht so relevant ist. Für andere Märkte ist es das durchaus. Vor allem für den Preis. Das muss man da immer im Hinterkopf behalten. Aber ich teste natürlich in erster Linie Smartphones für den deutschen, österreichischen, Schweizer Markt usw. Gut, bei unseren Nachbarn ist das Thema auch schon deutlich relevanter. Bei uns halt noch nicht wirklich. Leider. Hier drinnen dann einmal das Smartphone an sich. Und zwar in der Farbe Blau. Das ist meines Wissens auch die einzige Farbe, die jetzt erstmal zu uns nach Deutschland kommt. Mit dabei ist mototypisch wieder so ein Bumper. Silikon Case ist nichts Besonderes. Aber ganz nice to have, würde ich mal sagen. Es gibt zwei Versionen von diesem Smartphone. Einmal die, die ich hier habe für schon gesagt 350 Euro. Dann habt ihr 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Und für 50 Euro mehr gibt es auch noch eine Version mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Das mit den 4 GB RAM ist etwas schade. Weil ansonsten kann der Speicher erweitert werden. Könnte man auch gut mit 64 GB leben. Quick Start Guide, Safety & Warranty Information und SimiJack Tool. Wie sollte es anders sein? Dann hier nur noch ein USB auf USB Typ C Kabel. Ist USB C 2.0 meines Wissens. Und dann das Netzteil. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ist ein Turbo Power Netzteil von Motorola. Steht das hier irgendwo drauf? Ne, ich weiß nicht. Aber in der Verpackung, auf der Verpackung steht. Ach, hier, okay. Haben wir sogar ganz dezent, ich hoffe das sieht man jetzt einigermaßen, so eine 20. Denn es ist ein 20 Watt Fast Charging Netzteil. Das ist für 350 Euro absolut in Ordnung, wie ich finde. Braucht man aber natürlich auch, um diesen großen Akku schnell aufzuladen. Das war es vom Lieferumfang. Wie so oft beim Motorola, keine Kopfhörer. Dafür eben der Bumper mit dabei. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns endlich das Smartphone etwas genauer an. Das ist es also, das Moto G 5G Plus. Ich bekomme immer noch nicht auf den Namen klar. Aber hey, damit müssen wir jetzt wohl leben. Ich hole es erstmal aus diesem Bumper hier raus. Wie gesagt, habt ihr ja vorher schon gesehen. Ganz normaler durchsichtiger Silikonbumper. Und wir ziehen diese Schutzfolie ab. Die man natürlich nicht als Schutzfolie verwenden kann, weil da wieder ganz viel Marketinggeblabber drauf steht. Okay, wir beginnen wie immer mit den Abmessungen. 168 x 74 Millimeter, 9 Millimeter ist es dünn, wiegt 207 Gramm. Erstmal das Positive, also den 5000 mAh starken Akku, gut bei der Dicke. Aber ansonsten vom Formfaktor, ja, man merkt es ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, weniger als ich dachte. Das war es schon mal schlimmer bei Motorola. Wir haben hier natürlich wieder 21 zu 9, also ein 21 zu 9 Seitenverhältnis. Deshalb ist das Smartphone relativ hoch. Dafür nicht so breit. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Haben wir jetzt schon oft genug durchgekaut, auch bei Sony und so weiter. Muss ich hier jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Es hat ein 6,7 Zoll großes IPS-Display. Kein OLED. Löst mit 2520 x 1080 auf. Das sind dann 409 ppi. Dafür haben wir aber eben auch diese 90 Hz. Leider kein OLED, aber 90 Hz. Muss jeder für sich entscheiden, was einem da wichtiger ist. Und ich blende euch das Ganze hier jetzt mal ein. Genau, es ist tatsächlich so. Also Display-Ränder gehen, finde ich, in Ordnung für 350 Euro und für Motorola-Verhältnisse. Das Schöne ist, wir haben hier zwar ein Doppel-Punchhole, aber das sind tatsächlich zwei einzelne Punchholes und nicht so ein zusammengefasster fetter Balken, wie das bei den ganzen OLED-Displays der Fall ist. Das ist hier beim IPS-Display eben der Vorteil. Einmal 16 Megapixel und einmal 8 Megapixel. Das eine ist eine Weitwinkelkamera. Das haben wir jetzt auch schon von anderen gesehen. Und wie gesagt, die Front gefällt mir ganz gut. Wenn ich das vergleiche mit einem One Vision, letztes Jahr zum Beispiel, hat man auf jeden Fall deutliche Fortschritte gemacht. Der Rahmen besteht aus Kunststoff. Matt ist er immerhin gehalten. Das macht es ein bisschen besser. Links haben wir tatsächlich eine Taste. Ich denke mal, das dürfte dann wahrscheinlich so ein Google Assistant Button oder so sein. Ist tatsächlich neu für mich bei Motorola. Auf jeden Fall haben wir hier noch den Einschub für die SIM-Karte. Und auch eine MicroSD. Ihr könnt den 64 oder 128 GB großen internen Speicher erweitern. Auf der Unterseite 3,5 mm Klinkenanschluss, USB-C-Port, ein weiteres Mikrofon und der Lautsprecher. Ist meines Wissens ein Mono-Lautsprecher. Rechts dann der Power-Button, in den gleichzeitig auch der Fingerabdrucksensor integriert wurde. Ich mag diese Lösung ja. Darüber die lauter Leisewippe. Wirkt alles wirklich gut verarbeitet. Und auf der Oberseite ein weiteres Mikrofon. Damit sind wir bei der Rückseite angelangt. Die besteht leider genauso wie der Rahmen aus Kunststoff. Erstmal das Positive. Ich finde diese blaue Farbe echt geil. Auch dieses Muster hier macht gut was her. Und wie das halt immer so bei Motorola ist. Also die verwenden nicht diesen ganz, 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 ganz billigen Kunststoff. Wie es Huawei und Samsung teilweise schon gemacht haben. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich. Geil fühlt sich das trotzdem nicht an. Ich sehe natürlich schon wieder, wie das alles zerkratzen wird. Könnte ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Fingernagel machen. Gut, dafür ist der Bumper mit dabei. Ich finde für 350 Euro kann man hier nicht so viel meckern wie etwa beim Motorola Edge. Was ja auch nur eine Kunststoffrückseite hat. Aber es ist wie es ist. Man muss das Ding zum Beispiel auch mit einem Xiaomi Mi 10 Lite, ich muss hier aufpassen, vergleichen. Was ja auch 5G hat. Und meines Wissens wieder Glasrückseite und Metallrahmen. Da finde ich das hier halt etwas schade. Aber die Farbe ist nett. Dann hier dieses typische Vierer-Kamera-Layout, wie wir es dieses Jahr schon so oft gesehen haben. 48 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Weitwickelkamera, 5 Megapixel Makrolinse, 2 Megapixel Tiefenschärfesensor. Auf die Kamera bin ich echt gespannt. Davon wird es wie so oft auch ein bisschen abhängen natürlich. 5000 mAh starke Akku, 20 Watt Fast Charging. Kein Wireless Charging. Dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. Es ist nicht gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Es ist nur spritzwassergeschützt. Wir schalten das gute Stück ein. Wenn es hochfährt, gebe ich euch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist natürlich Android 10. Stock Android, wie wir das von Motorola gewohnt sind. Prozessor ist der schon erwähnte Qualcomm Snapdragon 765G Octa-Core mit maximal 2,3 GHz. Der ermöglicht dann eben dieses 5G. Für 350 Euro ist das ein super Prozessor. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und dazu gibt es dann 4 GB RAM bzw. 6 GB, je nachdem, was ihr euch holt. Jetzt sehe ich das auch zum ersten Mal hier live. Sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus. Also dieses Doppel-Punch-Hole als jeweils einzelnes Punch-Hole und besser als so ein fetter Balken. Schön ist das immer noch nicht, aber es ist auf jeden Fall besser als so ein fetter Balken wie bei Huawei, Samsung und Co. Ja, das war es vom Unboxing. Erster Eindruck, eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Grundsolides Smartphone. Ja, wenn das Ding jetzt noch ein OLED-Display hätte, bei der Haptik ein bisschen mehr zu bieten hätte und halt diese 6 GB RAM standardmäßig, wäre das glaube ich so das ultimative Gesamtpaket. Aber auch so finde ich es sehr interessant. Lasst mich gerne wissen, was euch zu dem Smartphone hier interessieren würde. Ob ihr ein Review sehen wollt, worauf ich den Fokus legen soll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.